Musik Mein Name ist Tim Gollenschiede und ich bin der erste Kunde in Deutschland von Bottings Abwehr und das sind meine neuen Zapfanlagen. Das Besondere an diesen Zapfanlagen ist, die zapfen das durch den Becher durch. Durch den Becher durch heißt, wir haben in diesem Becher ein kleines Loch, wo durchgezapft wird und wird durch ein Magneten automatisch verschlossen. Dieser Magnet liegt einfach in dem Becher drin und wie man sieht, es läuft beim Abheben des Bieres nichts raus, es ist trocken, wir haben keinen Schankverlust und das sind auch die schnellsten Zapfanlagen der Welt ohne Schankverlust und wir können frei hin. Das heißt, wir können in der Zwischenzeit können wir dann auch schon unseren Kunden bedienen und Geld verdienen. Musik 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 Die Leute sind fasziniert. Die Leute, die gucken natürlich als erstes unter den Becher und können das gar nicht fassen und versuchen dann natürlich, so wie hier jetzt, da drunter zu blöken und da sieht man dann natürlich, dann fließt das Bier natürlich aus. Aber das ist natürlich auch immer ein wahnsinniger Gag auf Veranstaltungen, wenn die Leute immer erstmal gucken und was ist das und wie funktioniert das und ich sag mal, das ist wirklich schon ein Highlight, das ist alles für jedermann, ich sag mal, das ist sprachlos, ich bin sprachlos mit solchen, jetzt hat man lange. Musik 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 Vielen Dank.